Herzlich Willkommen. Ja, ich mache heute Sonntagspurzeln. Aber hier, ich werde ja nicht so lange bleiben, sonst ist es Färbung. Und los geht's. Das würde ich gerne aufmachen. So, jetzt geht's auf. So, wenn man das ausgepackt hat, einfach hier abkennen. Das sind sechs Stück. Und ich habe mir auch noch was einlassen. Da passt noch die Porete nicht rein. Das ist sehr, sehr lecker. Dann müsst ihr das einfach hier pro Größen ein Stück in dieser Größe. Und dann einfach so machen, dass es so hoch sieht. Jetzt, die Jogherette hier in der Mitte. Und dann zusammenglappen. Und fertig ist das. Ich bin gespannt, wie es ist. Und dann mache ich noch was. Das mache ich auch hier. Dass es so aussieht. Dann einmal das Modella. Das ist ja. 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 Ich mache es so ein bisschen So, dann kommst du auch auf dem Blech. Was ihr auch noch machen könnt, einmal wieder aufeinander sieben, dass es wieder so aussieht. Dann darauf ein bisschen Maminade. So. So, dann packe ich das auch auf dem Blech. Das eine, das ist so. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Und jetzt kommt das in den Backofen. Dann auf 280 Grad. Und es dauert bis es fertig ist. Oder es dauert 10 bis 15 Minuten und dann kann man das schön essen. Ich bin gespannt, wie es ist. 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 So, die sind jetzt fertig. Die sehen jetzt so aus. Und das sind so aus. Wie ist es schön. Und dann? und dann? . 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 Es ist jetzt ein Décabos. Es fängt auch sehr lecker aus und ich lasse es ein bisschen abwählen und dann werde ich das kopieren. Das war mit Mamelade, das werde ich erstmal kopieren. Das ist sehr sehr lecker, dann werde ich das mal, wo ich mit Degar rein kenne, dann habe. So sieht man das auch noch. Lecker! Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ich merke mich dann in kurzem wieder bei dem nächsten Video. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!